Ja, und da werden wir auch schon wieder bei Metrolast Light. Herzlich willkommen zurück. Wir laden hier erstmal durch. Mit den ja wenigen Munitionen, die wir hier haben, in der Schulter haben wir gar nichts mehr. Ganz, ganz toll. Supercool. Ich weiß auch nicht. Oh, bitte, lass jetzt nicht neue Vieh... Warte, lag da eben eine Waffe irgendwo? Hier wurde doch eben irgendwas angezeigt, oder? Nee, war wohl nur ein Traum. Ein schöner Traum. Ein sehr schöner Traum. Wir kommen zur Police. Gemeinsam. Komme, was wolle. Der Kleine wollte nicht weg. Irgendetwas hält ihn. Ich verstehe noch nicht was. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass er hier ist. Denn er ist hilfreich. Oh Gott. Oh Gott. Und weg ist er. Schon wieder. Immer wenn ich die Sprinten-Taste drücke, komme ich in dieses scheiß Steam Overlay. Nicht der Munition, Leute. Gebt mir Munition. Ich hab doch nichts mehr. Oh, bitte, lass jetzt hier keine Viecher kommen. Jemand da. Kommt zu sehen von hier. Hoffentlich gibt's da Munition, ey. Leute, haben Angst, angegriffen zu werden. Aber nicht böse. Noch mal schnell den Filter wechseln, bevor wir den, da einen Besuch abstatten. Ja, einen Besuch abstatten. Gut, euch zu sehen, Leute. Ich muss neue Munition kaufen. Ich brauch Munition. Komm her. Lass uns etwas Munition eintauschen. Die eignen sich besonders für Mutanten. Na los, kauf was. Beste Ware. Das sind gute Patronen. Sehr gute. Sehr gute. Sehr gute. Guck dir nicht die Waffen selbst an. Guck dir lieber an, wie Ziele damit durchlöchert werden. Also das sag ich dir als Freund. Davon solltest du was kaufen. Gut, verkaufe ich. Dann kaufe ich hier von lieber noch was. Die kann ich auch verkaufen. Dankeschön. Das sag ich dir als Freund. Davon solltest du was kaufen. Komm mal wieder. Vielen Dank. Ich habe Wurfmesser. Sehr gute. Lass meine Maustern. Schau dir den Zustand dieser Schönheit an. Nicht ein Kratzer. Dieser Kaufer ist absolut eine Enttäuschung. Sprich mit mir, wenn du etwas brauchst. Komm, ich liebe noch ein bisschen Munition. So viel kannst du nicht tragen. Na los, kauf was. Beste Ware. Granaten habe ich auch. Bis dann. So. Na los, nicht zu schüchtern. Na dann, Freunde. Wir haben uns wieder eingedeckt. Ordentlich mit Munition. Dann würde ich mal sagen, ab durch die Mitte. Es kann weitergehen. Hurra, hurra. Oh. Verdammt. Die machen wirklich ernst. Das heißt, wir müssen hier hinten gehen, wenn es nicht mehr ist. Das ist nämlich auf die Nerven. Das ist nämlich auf die gepanzert oder so. Oh, die Gasmaske ist schon wieder weg. Holy shit. Oh, die sind hier. Ja, hol dich mal. Schau mal, ich sehe ja gar nichts mehr gerade. Alter, verwalter. Ja, vielleicht sollte ich ja einfach das Licht mal anschalten. Wäre mal eine Maßnahme. Hört nicht viel aus, die Typen. Dammit. Das war's für heute. So, den Schalt hätten wir jetzt alle erledigt. Dann will ich erst mal den ganzen Kram hier einsammeln, die die Typen so dabei haben. Nichts liegen lassen hier. Los, nix liegen lassen hier. Und den hätte ich alles. Ja, nehm ich doch lieber die hier. Da oben lag da glaube ich auch noch einer, genau. Da möchte ich nur sagen, weiter geht's. Ah, verdammt. Hui, das war mal wieder eine ordentliche Portion Action, ne? Liebe Leute. Jetzt mal lieber die Gasmaske opfert, ich hab'n... Sauerstoff ist nicht gut für dich. Gut, jetzt weiß ich wofür. Ich bringe mehr. Cool, dankeschön, Mann. Echt, ich bin von dir. Hier, hier. Ich helfe. Nicht immer genug Kraft alleine. Meine Güte. Ja, Genosse Leutnant. Jawohl. Ah, Beschluss von zwei Seiten. Uncool. Ah, f**k. Geht doch. Dann werde ich mal wie immer den ganzen Kram hier einkassieren. Den Krempel. Wie er so rumliegt. Nein, nein. Was? Nein. Ja, gut, das nimmt sich nix. Na, Gasmaske. Sehr schön. Jetzt haben wir auch eine neue Gasmaske. Unsere alte war ja mal wieder ein bisschen ramponiert. Little bit. Oh, ne, ich bin doch wieder der andere. Der hier hat hier so ein hässliches Visier oben drauf. Dankeschön. Dankeschön. Mit besten Empfehlungen des Hauses. Hier geht's nicht lang. Ja, liebe Leute. Und da wir auch schon wieder am Ende unserer Zeit sind, werden wir diesen Gang hier, diese Treppe hier beim nächsten Mal herunterlaufen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.